Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir zusammen einen leckeren Cashew Himbeer-Turbokuchen. Der geht wirklich ratzfatz. Wir holen uns alle Zutaten hier in den Mixer rein, mixen alles durch, füllen es ab, backen es und fertig. Als erstes 150 Gramm Butter auflösen. Dann nehme ich 250 Gramm Cashewkerne. Ein guter Magnesium- und Proteinlieferant und im Gegensatz zu anderen Nüssen und Kernen eher fettarm. In den Mixer rein 200 Gramm Puderzucker dazu. Für den Vanillegeschmack noch eine getrocknete Vanilleschote. Gleich mit dazu. Deckel drauf und alles kräftig durchmixen. Perfekt. Die Vanilleschote hat sich jetzt wunderbar mit dem Puderzucker und den Kernen vermischt. Dann schlage ich mir sechs Eier in eine Schüssel rein. Beigeben. Dieser Kuchen funktioniert auch wunderbar ohne Mixer. Dann musst du natürlich gemahlene Nüsse oder Kerne nehmen. Die mittlerweile aufgelöste Butter dazugeben. Noch 70 Gramm Weissmehl dazu. Noch einmal glatt rühren. Der Teig ist fertig. Den gebe ich mir jetzt in einen Backring rein. Weil der sehr flüssig ist, schlage ich mir den Ring ein. Unten habe ich einen 26er Ring. Lege das Backpapier oben drauf. Und hier habe ich einen 24er Durchmesser Backring. Reindrücken. Dann ist der perfekt eingeschlagen und nichts kann mehr auslaufen. Jetzt gebe ich 550 Gramm vom Teig in den Backring rein. Verteilen. Dann nehme ich 150 Gramm tiefgefrorene Himbeeren. Verteile die. Das ist ein flacher Kuchen. Jetzt sinken die Himbeeren dann auf den Boden runter. Und ich habe durchs Band, durch den ganzen Kuchen saftige Himbeeren drin. Der restliche Teig nütze ich noch als Deko. Hier gebe ich mir noch mal 110 Gramm Weissmehl dazu. Dann wird er fester. Aufsetzen. Deckel drauf. Los geht's. Nur noch kurz durchmixen. In einen Spritzbeutel füllen. Hier habe ich eine 12er Lochtülle. Und jetzt spritze ich mir oben drüber noch ein Gitter. Ansetzen. Hinten durchziehen. Nicht so den Spritzbeutel halten, sondern flach. Nach hinten ziehen. Dann kann ich hier abziehen. Und dann läuft das automatisch runter. Und von der anderen Seite auch noch. Dann noch etwas gehobelte Mandeln oben drüber. Und der Kuchen ist schon bereit zum Backen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Umluft für 30 bis 35 Minuten. Nach 35 Minuten ist der Kuchen schön gebacken. Der hat wenig Mehl drin. Darum gibt es diese Blasen. Hier einfach mit dem Messer ein bisschen einstechen. Dann fällt der wieder zusammen. Auf ein Gitter legen. Und erst mal auskühlen lassen. So Leute, der Kuchen ist ausgekühlt. Äusserer Ringe entfernen. Rausschneiden. Schiebe ich mir gleich auf eine Kuchenplatte. Danach etwas Puderzucker nehmen. Darüber stauben ganz leicht. Ich liebe so Kuchen, die so rustikal aussehen. Sie sehen richtig klasse aus. Super leckerer, feuchter Kuchen. Sehr, sehr lecker. Fast kein Mehl drin. Wenn dir das zu teigig ist, dann einfach noch ein bisschen mehr Mehl reinmachen. Dann hast du eine zusätzliche Bindung. Ich finde es cool. Einfach gerade essen. Den kannst du nicht drei, vier Wochen stehen lassen. Sonst wird das dann hart und nicht mehr so fein. So ist der super lecker. Oben knusprig, innen schön feucht, fruchtig. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Schreib mir eine Rückmeldung zu diesem Rezept. Abonnier den Kanal. Dann verpasst du kein Video mehr von mir. Die Glocke aktivieren. Dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel. Dein Marcel. invisible activists und lebens TEX-